Man kann doch mal aussteigen! Ja, und so noch lustig! Sind wir unsere ca. 20 Minuten kennenzulernen? Ja! Ja, ist ja mega heiß. Aber ob das wirklich so war, dann haben wir die Story gelesen, es war so. Okay, ja. A double deal. Ja, äh, on the second of March. Okay, okay. Goodbye, Miss Hilton. Goodbye. Herein! Greti Frau Steiner, Greti Frau Dugger. Warum wollen Sie sich die Brüste vergrössern lassen? Das ist eigentlich schnell verzehrt. Ausnahme ist schon mega lang. Seit unserer Geburt sind wir BFs. Und wir haben eigentlich alles gleich. Unsere Brüste sind jetzt überhaupt nicht gleich. Wir werden gleich gleich. Wie alt sind Sie denn? 18. Und Sie? 17. Das ist zwar eigentlich illegal, aber bei Ihnen können wir ja Ausnahme machen. Ja! Und das muss ja niemand erfahren. Ja! Dann haben wir hier den Vertrag. Okay. Danke, dann haben wir das Geschäftliche. Und da wären noch die Implantate. Oh! Greti, die Grösse! Grösse! Also grösse geht es ja nicht mehr. Dann sehe ich Sie in einer Woche. Okay. Gut. So. Und ich brauche Steiner. Und ich brauche Dugger. Ja, ganz. In der Serie. W 준비 who الإELS. Zu mir. Du bist so beautiful. Du bist so beautiful. Das tschw Mir. Me Can't you see Everything I hope for You're everything I need You are so beautiful To me You are so beautiful To me You are so beautiful To me Can't you see You're everything I hope for You are so beautiful To me You are so beautiful To me 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 To me